Hallo und herzlich willkommen. Halloween steht vor der Tür und da habe ich mir gedacht, dass ich euch etwas vorstelle, womit ich mich generell von Zeit zu Zeit mal beschäftige. Nämlich Kriminalfälle. Für gewöhnlich lese ich über solche Dinge meist vor dem Schlafen gehen, was ja vielleicht nicht immer die beste Zeit ist, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Aber ja, dadurch, dass ich das eben meistens vor dem Schlafen gehen praktiziere, schneide ich Themen meistens nur an, beziehungsweise schmökere nur in bestimmte Sachverhalte hinein. Ja, und mit diesem Video habe ich die Chance, mich mit dem ganzen Thema auf einer etwas anderen Art und Weise, auf einer anderen Ebene zu beschäftigen. Ja, ob ich dieser Tätigkeit jetzt in Zukunft auf diesem Channel nachgehen werde, oder vielleicht dafür einen neuen Channel erstellen werde, steht noch in den Sternen. Wobei ich mir durchaus bewusst bin, was meine Reviews, die ich bisher gemacht habe, also Messertest, dadurch, dass das ein Messerkanal ist, könnte es für gewisse Leute dann doch einen etwas merkwürdigen Eindruck erwecken, wenn ich mich nun mit dem Thema Mord und Totschlag beschäftige. Aber ja, wie gesagt, es steht alles noch in den Sternen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, viel Spaß bei meinem Halloween-Special. Also, heute stelle ich euch einen sehr mysteriösen und gleichzeitig sehr grauenvollen Mordfall vor. Es geht nämlich um einen Mord, der sich vor knapp 100 Jahren im oberbayerischen Dorf Gröbern ereignet hat. Und ich bin mir sicher, der eine oder die andere von euch werden davon sicher schon bereits gehört haben. Es geht nämlich um Hinterkaifeck. In Hinterkaifeck wurden nämlich sechs Menschen grausam mit einer Reuthaue hingerichtet. Kleiner Zusatz, in diesem Video werde ich keine Originalbilder zeigen, da diese größtenteils mit einem Copyright versehen wurden. Stattdessen werde ich von mir liebevoll rekonstruierte Nachbildungen des Ortes des Verbrechens abbilden, damit ihr euch ein besseres Bild von den Geschehnissen machen könnt. Links zu den Originalfotos werde ich in der Beschreibung einfügen. Wir befinden uns in der Zwischenkriegszeit im Jahre 1922 auf einem Einöthof, der in der Nähe des Dorfes Gröbern in Oberbayern liegt. Im Haus des Guthofs leben insgesamt sechs Leute. Andreas und Cecilia Gruber zusammen mit ihrer verwitweten Tochter Victoria Gabriel, die wiederum zwei Kinder hat, Cecilia und Josef. Mit ihnen wohnt die Magd Maria Baumgartner. Einige Zeit vor dem Mord bemerkten die Bewohner des Hauses einen Mann mit Schnauzbart, der im gegenüberliegenden Wald das Haus samt Hof zu beobachten schien. Zudem bemerkten sie Fußspuren, die zum Hof aber nicht wieder wegführten. Außerdem fehlte einer der Hausschlüssel vom Haus. Die Familie hörte außerdem Nachtschritte am Dachboden, wobei der Hausvater, Andreas Gruber, nachdem er das Haus absuchte, niemanden fand. Zudem bemerkten sie Fußspuren, Man weiß nicht genau, was in der Nacht vom 31.03. auf den 1.04. passiert ist. Aber anhand von Rekonstruktionen, von Ermittlern von damals wie von heute, nimmt man an, dass alle Bewohner des Hofs, bis auf Josef und die Magd Maria Baumgartner, einer nach dem anderen in die Scheune gelockt und dann mit einer Reuthaue erschlagen wurden. Vermutlich in dieser Reihenfolge. Zuerst Viktoria, dann ihre Mutter, dann ihr Vater und zuletzt ihre Tochter. Viktoria's zweijähriger Sohn, Josef, wurde in seinem Zimmer, in seinem Kinderbett erschlagen. Die Magd wurde in ihrem Zimmer erschlagen. Ermittlungen zeigten auch, dass Viktoria's ältestes Kind, Zizilia, nach dem Angriff mit der Reuthaue noch mindestens zwei Stunden am Leben war. Zuerst fiel niemandem das grauenhafte Verbrechen auf. Erst sukzessive bemerkten die Einwohner des Dorfes, dass etwas nicht stimmte. Die siebenjährige Zizilia fehlte unentschuldigt in der Schule. Die Eingangstür und Fenster des Hofs blieben verschlossen. Auf Klopfen reagierte niemand. Außerdem fehlte die Familie beim Sonntagsgottesdienst. Am 4. April, also vier Tage nach dem Mord, kam ein Monteur auf den Hof, wie einige Tage vorher abgesprochen wurde, um den Motor der Futterschneidemaschine zu reparieren. Da aber keiner der Bewohner des Hauses anwesend war, wartete er eine Stunde lang und machte sich anschließend an die Reparaturarbeiten. Das Ganze dauerte in etwa viereinhalb Stunden. Beim Verlassen bemerkte er, dass die Tür des Stalls offen stand. Danach berichtete er dem Bürgermeister des Dorfes von dem leerständen Hof. Kurze Zeit später drang eine, unter Anführungszeichen, Suchmannschaft in das Haus ein, die aus dem damaligen Ortsführer von Gröbern, Lorenz Schlittenbauer und zwei anderen Männern bestand. So fanden sie dann auch die Leichen der Einwohner des Hofs. Anschließend wurde die Polizei eingeschaltet, die mit den Ermittlungen begann. Im Großen und Ganzen wisst ihr jetzt, was mit groben Zügen passiert ist. Was aber diesen Fall so mysteriös und geheimnisvoll erscheinen lässt, neben der Art und Weise, wie die Opfer zu Tore gekommen sind, sind die vielen kleinen und recht merkwürdigen Details. Kommen wir mal zu den Leichen der Bewohner. Andreas, Cecilia, Victoria und die kleine Cecilia wurden im Stall gefunden, aufeinander gestapelt, mit Stroh überdeckt und mit einer Tür zugedeckt. Die Leiche von Maria Baumgartner, also der Magd, wurde in ihrem Zimmer gefunden, wo sie wahrscheinlich auch zu Tore gekommen ist. Victorias jüngstes Kind, der kleine Josef, wurde in seinem Kinderbett erschlagen und anschließend mit einem Rock seiner Mutter überdeckt. Die Leiche von Victoria wies neun Kopfverletzungen auf und außerdem hatte sie einige Würgemahle am Hals, was an und für sich darauf hindeutet, dass der Täter zumindest eine nähere Beziehung mit ihr hatte. Muss natürlich aber nicht heißen. Die Tatwaffe wurde übrigens ein Jahr später gefunden, als das Haus abgerissen wurde. Außerdem erinnert ihr euch wahrscheinlich, dass die Grobers über ihrem Dachboden Schritte gehört haben. Die Polizei hat bei ihren Ermittlungen festgestellt, dass am Dachboden Heu ausgelegt wurde und so eine Art Teppich gebildet wurde, die Geräusche bzw. Schritte dämpfen soll. Die Bewohner des Hauses haben außerdem geklagt, dass sie ein schnauzbärtiger Mann aus dem Wald gegenüber des Hofes observiert hat. Der Wald hieß übrigens Echsenholz. Ein etwas komischer Name für einen Wald, aber ja. Außerdem war einer der Hausschlüssel verschwunden, von denen es laut Andreas Gruber zwei Stück gab. Lorenz Schlittenbauer, der Ortsführer und Anführer des Suchtrupps, wird aber später meinen, dass es nur einen Schlüssel gab. Zum Schlittenbauer werde ich aber erst später genauer sagen. Ja. Also, so deutet eigentlich alles darauf hin, dass sich der oder die Täter vor und nach dem Mord im Haus befunden haben und quasi dort gelebt haben. Es wurde dann auch festgestellt, dass die Tiere, die im Stall gelebt haben, von der Tatnacht bis zur Entdeckung der Leichen zumindest notdürftig versorgt wurden. Außerdem wurde am 1.4., also ein Tag nach der Tat, ein Zimmermann, der zufällig am Hof vorbeigegangen ist, von einem Unbekannten mit einer Taschenlampe geblendet. Der Zimmermann berichtet außerdem, dass er Rauch aus dem Kamin aufsteigen sah. Am 4.4., also am Tag, als die Leichen entdeckt wurden, wurde der Dieselmotor ja von einem Monteur repariert, wie ihr euch sich erinnern könnt. Der Monteur berichtete, dass als er ankam, der Hof leer stand und dass niemand zu Hause war. Vor allem aber wies er darauf hin, dass der Stall verschlossen war und das Bellen eines Hundes, beziehungsweise des Hundes, des Familienhundes, im Haus zu hören war. Ja, wie bereits erwähnt, hat der Monteur dann eine Stunde lang gewartet und danach hat er sich an die Arbeit gemacht. Er hat während der Arbeit gefiffen und gesungen, um auf sich aufmerksam zu machen. Nach der Arbeit ging er nochmal ums Haus, um zu sehen, ob jetzt nun endlich jemand da war oder nicht. Aber er bemerkte plötzlich, dass der Hund draußen vor dem Haus angeleint war und dass der Stall plötzlich offen stand. Er ging nicht in den Stall hinein, er hat nur hineingesehen, er sah, dass niemand da war und er verließ den Hof. Aber ja, bleiben wir gleich beim Hund. Die damaligen Zeugen haben berichtet, dass der Hund der Grubers, ein Spitz, also ein eher kleinerer Hund, sehr wachsam und vor allem sehr treu gegenüber seinen Herren war und dass er jeden Abend in den Stall gesperrt wurde, um das Vieh zu hüten. Kleiner Zusatz am Rande, der Dachboden vom Haus und vom Stall schien miteinander verbunden zu sein. Also ja, sie haben alle mehr oder weniger unter einem Dach gewohnt. Das Vieh und die Grubers. Also ja, dann meine Frage, wie ist es dann möglich, dass der oder die Täter, die ja vorher auch im Haus gelebt haben sollen, ja vom Hund nicht wahrgenommen wurden? Es mussten doch fremde Gerüche im Haus sein. Und normalerweise reagiert ein Hund auf so etwas. Also mein Hund zum Beispiel tut das und der ist nicht gerade einer von der wachsamsten Sorte. Aber ja, es muss ja nicht heißen, dass die Täter unbedingt Fremde waren. So viel sei gesagt. Und ja, der Hund hat das Ganze natürlich überlebt. Als Einziger leider. Er wurde am 4.4. vom Suchtrupp unter Anführungszeichen Suchtrupp völlig verstört und scheinbar misshandelt im verschlossenen Stall gefunden. Und wir erinnern uns, wenige Stunden bevor die Leichen gefunden wurden, hat ihn der Monteur noch draußen gesehen. Und ja, er hat nicht erwähnt, dass der Hund in irgendeiner Form irgendwas Auffälliges an sich gehabt hat. Kommen wir jetzt zum bereits erwähnten Ortsführer und gleichzeitig auch Nachbarn der Grubers, Lorenz Schlittenbauer. Er war einige Jahre älter als Viktoria, hatte aber ein Verhältnis mit ihr, also eine Liebesbeziehung. Es ist eine lange komplizierte Geschichte zwischen den beiden. Nach dem Tod des Mannes von Viktoria wollte er sie ehelichen. Dazu ist es aber nicht gekommen, da Andreas Gruber, also der Vater von Viktoria, nicht dafür war. Ganz im Gegenteil, er war sogar dagegen. Lorenz hat sogar die Vaterschaft für den kleinen Josef anerkannt. Einige Zeit aber vor dem Mord waren die beiden nicht gut aufeinander zu sprechen, also Viktoria und Lorenz. Genau genommen haben sie nämlich gar nicht mehr miteinander gesprochen. Ja, ein kleiner Exkurs zu Josef. Es war allseits bekannt, dass Andreas Gruber, also Viktoria's Vater, eine inzestuöse Beziehung mit ihr hatte. Beide wurden wegen Blutschande verurteilt, im Jahr 1907, soweit ich mich erinnern kann. Andreas soll auch mal nach dem Tod von Viktoria's Ehemann vor mehreren Anwesenden gesagt haben, dass sie nun keinen Mann mehr brauche, da sie ja ihn hat. Ja, nur so am Rande. Aber zurück zu Lorenz Schlittenbauer. Er war es ja, der die Leichen zusammen mit zwei anderen Männern aus dem, unter Anführungszeichen, Suchtrupp gefunden hat. Ja, nachdem er die Leichen gefunden hat, ist er durch die Haustür gegangen, vor so vom Stall, direkt ins Haus hinein und hat den anderen beiden Anwesenden, also die anderen beiden des Suchtrupps, die Tür aufgesperrt. Auf die Frage, wie er denn aufgesperrt hat, sagte er nur, dass der Schlüssel in der Tür gehangen hat. Also ja, der verlorene Schlüssel war spätestens da wieder aufgetaucht. Bei einem Verhör, einige Jahre später, meinte er, dass es nur einen Schlüssel zum Haus gab. Wir wissen aber heutzutage, dass ein anderer Zeuge ausgesagt hat, dass Andreas Gruber, dem genannten Zeugen, gesagt haben soll, dass es zwei Schlüssel zum Haus gäbe. Ja, generell wurde Lorenz Schlittenbauer öfter befragt und hat auch immer wieder widersprüchliche Aussagen getätigt. Das hat die Polizei aber nicht veranlasst, die Ermittlungen in seine Richtung zu lenken. Kommen wir nun zu Victorias verstorbenem Ehemann. Ich habe ihn bereits öfter indirekt erwähnt, aber nie namentlich. Karl Gabriel hat vor dem Ersten Weltkrieg Victoria geheiratet. Vielleicht wurde er auch verheiratet, man weiß es nicht so genau. Die beiden hatten jedenfalls kein sehr gutes Verhältnis miteinander. Karl ist sogar einmal vom Hof der Grobers, wo er zwischenzeitlich natürlich gewohnt hat, nach Hause zurückgekehrt. Jedoch haben ihn seine Eltern wieder zurückgeschickt. Danach wurde er eingezogen und 1914 ist er dann an die Westfront nach Frankreich gekommen, wo er laut einiger seiner Kameraden auch gefallen ist. Eine Leiche hingegen wurde niemals gefunden. Gut, das hat jetzt im Krieg nicht unbedingt was zu bedeuten. Viele Leute verschwinden und werden niemals gefunden. Und natürlich ja, nicht jede Leiche kann vor allem an der Front geborgen werden. Aber einen letztendlichen Beweis, dass er tatsächlich gestorben ist, gab es aber auch nicht. Deswegen galt auch er als Tatverdächtiger. Und ja, wenn wir uns ehrlich sind, eine falsche Identität anzunehmen, war zu Kriegszeiten ja nicht sonderlich schwer. Insbesondere durch den Austausch der Erkennungsmarke und noch dazu mit einem Trupp, der mich ja wenig oder gar nicht sogar kennt, ja, ist es wie gesagt nicht schwer, eine neue Identität anzunehmen. Und außerdem war Karl in der Reserve. Also sind die Chancen doch recht hoch, dass ihn seine Truppe nicht oder eben schlecht gekannt hat. Man könnte also mutmaßen, dass er doch was mit der Sache zu tun hat. Immerhin war er ortskundig, für Vieh und Hund kein Fremder. Wobei, ja, man weiß nicht genau, wie alt der Hund ist. Also es muss nicht unbedingt heißen, dass er den Hund kennengelernt hat irgendwann. Aber ja, vielleicht doch. Hunde werden ja doch relativ alt. Und da liegen acht Jahre zwischen seinem Verschwinden oder ja, seinem Sterben und zwischen dem Mord. Also ja, es ist doch im Bereich des Möglichen. Die Blutschande zwischen Andreas und seiner Tochter Viktoria war generell schon eigentlich im Ort jedem bekannt. Sie wurden ja auch öffentlich dafür verurteilt. Also gehe ich mal davon aus, dass Karl dementsprechend auch wusste, wie es mit der Vergangenheit seiner Ehefrau steht. Dass er nichts davon mitbekommen hat, halte ich persönlich für ja unwahrscheinlich. Aber ja, die beiden sind außerdem natürlich nicht die einzigen Tatverdächtigen. Vom geistig minderbemittelten Dorfbäcker bis hin zum freigelassenen Mörder Friedrich Hamann ist die Liste der Tatverdächtigen nicht gerade kurz. Aber wie gesagt, verurteilt wurde bis heute niemand. Der tatsächliche Mörder bleibt bis heute unbekannt. Und ja, noch ein trauriges Detail am Ende. Die Magd Maria Baumgartner ist am 31. März, also am selben Tag, an dem der Mord geschehen ist, zum Hof gekommen. Es war sozusagen ihr erster und auch letzter Arbeitstag. Und ja, das war die Geschichte von Hinterkaifeck. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!